Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein. Gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Ähm, gar nicht. Mhm. Ey, hab mein Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und True getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarkt-Schmuggler aus Boston. Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Okay. Alli, Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Da sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Wo? Wierto. Wo? Au her! Au her! Au. Au en her! Au her! Au her! Das war ein Beschenmer. Ja. 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 War was Gutes da drin? Hier ist ne alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Sieht verlassen aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Oh. Ist das die Quarantänezone? Ja. Schau mal nach oben. Da scheinen Risse zu sein. Da oben, in der Mauer. Siehst du das? Ja. Ich weiß nur nicht, wie wir da raufkommen. Wohin! Vielen Dank. War was Gutes da drin? Ziemlich leergefegt. Ziemlich leergefegt. Sind das Käfige? Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Wie bei den Soldaten in Boston. Dina, hilf mir hier hoch. Okay. Ich halte die Augen offen. Versuch, das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Ich halte die Augen. Ich halte die Augen. Alles gut. War nur echt knapp. Was sind diese Wichser? Ich halte die Augen. Okay, wie krieg ich dich an? Okay, wie krieg ich dich an? Okay, wann das wohl geschrieben wurde? Die Seravena-Basis. Na sowas. Das ist mein Generator. Ah, Mist. Okay. 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 Was war das eben? Ich hab das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Okay. 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 Oh... Kein Saft?! Wie läuft's? Wie läuft's? Oh, okay. Ja. Gut gemacht. Shit. Hey, was ist denn los? Was jetzt? Da war so'n Zettel. Stehen Codes drauf. Steht, dass es an einem Ort namens Seravina Basis ein BLF-Versteck gibt. Seravina. Suchen wir sie? Und finden hoffentlich den ersten BLF. Bringen ihn zum Reden. Und sehen dann weiter. Dann los. Oh shit, da. Seravina Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei. Ähm, äh. Fuck Federator. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Die Idioten. Bring einfach jeden gegen dich auf. Hast du den Code? Gut. Auf diesem Zettel stehen einige. Aber wir brauchen zuerst Strom für das Tor. Okay. Dann mal los. Ah. Kein Bazzin mehr. Gottverdammt. Was machen wir jetzt? Oh Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Also, wo sind wir? Ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Etwa hier. Ah, cool. Dann markier ich das mal. Ja. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggepumpt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte die Oberhand hat. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Ja. Es ist Glück, in einer Konzett aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Was wäre wohl, wenn ich noch da wäre? Hey. Ich glaube, da ist das Gericht. Woher weißt du das? Ah, siehst du das Schild da? An dem Gebäude, wo Gericht draufsteht? Oh, ja. Gute Arbeit, du Detektivin. Zeichne es auf der Karte ein. Hörst du was? Ich höre es. Infizierte. Das kommt aus dem Gerichtsgebäude. Das wird richtig übel, oder? Zumindest sind wir bereit. Ali. Was wolltest du sagen? Ja. Also, jedenfalls. Dann möglich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Ja. Stimmt wohl. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantäne-Zone wäre deutlich belebter. Ja. Vielleicht verstecken sich alle in der Seravena. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja, mindestens acht. Wenn wir Glück haben, sind das alle. Das wird schon. Aber wir sollten aufpassen. Und Vorräte sammeln. Ja. 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 Ich glaube, da waren wir schon. Ali, ich glaube, Schimmer wird krank. Was? Woran siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Ach, Mann. Komm schon, der war doch gut. Ja, Mann. Ja, Mann. 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 Ich schreib das auf. Was haben wir denn hier? Ah, hey. Was ist das? Hier steht, es gibt Vorräte in einer Bank. Sehen wir doch mal nach. Uff. So einen hab ich lange nicht gesehen. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Ich mach das mit. Ich nehme mal, ob ich eigentliche ich. Ich mache das. Ich nehme das mit. Ich mache das mit. Ich nehme das mit. Ich mache das mit. Ich mache das mit. Das war's für heute. Vielen Dank.